Diese plötzliche Tod, das merken wir auch jetzt, dass du mit einem Bruder heute Morgen hörst, dass er gestorben ist. Du sagst, wie? Kann nicht sein. Du sagst auch, nur gestern war mit mir oder nur vor ein paar Stunden, der war mit mir und jetzt gestorben. Wie kann das sein? Das ist auch dieser plötzliche Tod, das ist jetzt auch so viel geworden und das ist auch ein Zeichen der Stunde. So kommt auch Al-Qiyam. Hatta Anna Rasulah Sallallahu Alaihi Wasallam sagte in einem Hadid, dass du in einem Markt bist, in einem Markt bist und du willst einen Stoff kaufen. Und der Verkäufer, du sagst, okay, ich will von dir kaufen, also bevor er dir diesen Stoff gibt, sei schnell. Oder du sagst, du machst dein Glas voll, bevor du das trinkst, da kommt es plötzlich. Oder du willst eine Wand bauen, das gerade angefangen, plötzlich kommt es plötzlich. Das heißt, wie schnell, das ist sehr, sehr schnell.